Horst geht weiter. Moment. Hallo Freunde. Wir warten auf den Horst. Heute in einer neuen Folge. Wir warten auf den LLU18. Heute in einer neuen Folge. Warten wir gar nicht du. Ha. Oh. So Freunde, jetzt schaffen wir das aber. Wenn du fährst. Ganz sicher. Was war da jetzt über die Brücke glücklich? Was ist das denn jetzt für eine bescheuerte? Hä? Ja, da hoch. Wie kann man nur so doof sein? Weißt du, sag gerade selber noch, was ist das für eine bescheuerte Straßenführung? Ja, da hoch. Ja, ist ja wohl offensichtlich gewesen. Ist ja wohl offensichtlich. Aber nein, wir lassen uns lieber von dem Rollerfahrer umfahren. So, hier geht's zum Airport. Ha. Ich schwitze in der Mockeritze. Du, das stimmt gar nicht mehr. Das war vor fünf Tagen. Hm. Das war vorhin. Ja, vor fünf Tagen. Zehn Jahre später. Ich wollte nur sagen, ich hatte nichts zu tun. Du weißt schon, dass du im Gegenverkehr bist? Ja. Dann ist ja gut. Du weißt schon, dass da gerade ein dicker, fetter Truck auf dich zukam? Ja. Dann ist gut. Aber das ist eine gute Stelle. Hier kommen ziemlich viele Autos. Na, und ziemlich schnell sogar. Umso besser. Ich lasse da wieder stehen. Wieso hast du nur eine Waffe? Hallo? Ja? Wieso hast du eine Waffe draußen? Tja. Weil ich es kann. Wieso hast du das hingekriegt? Ey, ich hänge oben auf dem Schild. Ey. Ey, guck dir mal das an. Ja, ist doch cool. Nein, dafür gab's kein Geld. Schade. Nein. Nein. So. Hauptverkehrsstraße, kein Auto. 90.000. Hey, wieso? B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Ey. Wo bist du denn jetzt? Öh. Öh. Scheiße. Ganz toll. Ist nee, jetzt für ein Unfall. Massenaufraunfall. Massenaufraunfall. Ja, jetzt fahren wir auch wieder. Fahr doch. Nein, er hat angehört. Wieso halten die alle an, Mann? Jawohl, jawohl. 20.000. Komm, weiter, weiterfahren. Weiterfahren. Hier gibt es nicht zu sehen. Okay, aber das könnten wir schon, wenn wir nur drei Minuten brauchen noch. Oh, 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 oh. Nein. Achso, das kommt wieder an der Welle. Wieso verschwinden die Autos immer? Jawohl. 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 Bleibt doch nicht stehen. Ja, unhuben. Das kann er. Mein Truck. Das ist mein Truck. Ich hab den anderen genommen. Jawohl. Und nochmal mit dem Kopf. Ah, 10.000. Und nochmal. Und komm, jetzt schaffen wir es aber. Jawohl, 100.000. Jawohl. Na. Jetzt wollte ich mich gerade von... An die Stelle müssen wir es merken. Ja, wenn das nochmal kommt. Also ich würde vorschlagen, wir fahren jetzt immer zum Flughafen. Nein, das geht ja nicht. Wir müssen ja in einem bestimmten Distrikt. Ah. Jetzt ist es zum Beispiel zum Saints Row Distrikt. Ganz toll. Komm, hier ist ein Auto, kommt zu mir. Das dauert ja auch nur 5000 Jahre. Hey. Warum auch einsteigen? Warum mich auch umfahren? Ich stand die ganze Zeit. Ich stand die ganze Zeit, außer wo ich mich bewegt habe. Das ist soweit natürlich richtig. Was macht der denn da? Abbiegen. 800.000 müssen wir jetzt. In nur 6 Stunden. Läuft die Zeit bei dir schon? Nein. Dann ist gut. Über the Highway. Oh, du musst. Ich meine, man merkt natürlich, von wann das Spiel ist. Man muss natürlich auch dem Spiel zugestehen, dass es natürlich viel älter ist als Saints Row 3 und 4. Aber ich finde es trotzdem scheiße, dass hier Autos auf einmal verschwinden, auf einmal die Autos springen und also scheiße. Ja, wobei das... Die Fahrer-KI... Ja, Fahrer... Ja! Toll! Ich trau mich, die auszusteigen. Ah, okay, doch. Hat geklappt. Anhalten. Ja, rede weiter. Ja, das ist wie gesagt alles schade, weil irgendwie ist das blöd. Ja, wobei ich da glaube, dass das nicht unbedingt vom Spiel abbringt, sondern eher von der Internetverbindung. Dass wenn du das im Einzelplayer zum Beispiel spielen würdest, das nicht so wäre. Ey, wie das halt zum Beispiel, ne? Der verfängt sich und fährt auf einmal vor dem Roten. Was machst du? Überholen. Klassisch. Müssen wir überhaupt hin? Ach, wir sind schon da. Ja, ähm... Wo kommt man denn? Die muss man irgendwie jetzt abfahren. Am besten irgendwo gleich. Ja, das macht natürlich Sinn. Ja, wobei, warte mal. Steck mal aus. Wir springen uns einfach von der Treppe runter. Von der Treppe? Ja, äh, von der Brücke. Und zwar hier auf der anderen Seite. Juhu! Oh, scheiße. Wir springen jetzt einfach mal von der Brücke runter. Boah, ne Wiederbelebung. Ja, über mich fahren. Dann ist das Richtige. Das habe ich verdient. Das und nichts anderes. Ist wohl wahr. Tja. Weißt du? Erst uns die Scheiße einbrocken. Jetzt gib Gas. Entschuldigung. Boah. Eine Minute schon. Komm, du Pussy. Ja. Wo willst du hin? Links. Ja. Weiter geradeaus. Was ist das? Du bist blöd oder was? Ja. Wer fährt denn jetzt hier zuerst los? Nicht die ganze Zeit hupen. Jawohl. Halt, 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 halt. Autos. Was ist denn da gerade explodiert? Ja. Deine Mutter. Nee. Fett-Explosion. Dann kannst das ja nur du gewesen sein. Ja, stimmt wiederum. Adrenalin-Modus. Jawohl, jetzt geht es jetzt ab. Bam! 20, 25, 30. Und bitte noch mal sowas. 1000. Jawohl, ja. Ich fliege hier durch die ganze Welt und kriege dafür kein Geld. Jawohl, ja. Ich nehme jedes Auto mit, und jedes Auto bringt mir nur ein Tausender. Ja, das ist ohne den Adrenalin-Modus leider so, stimmt wohl, ja. Na ja, obwohl, du kriegst teilweise auch deutlich mehr. Komm. Du weißt schon, dass du aus dem Bonus-Bereich raus bist. Ja, ist doch nicht so wild. Ja, klar. Und jetzt schmeißt er mich, wer weiß wie weit, und ich kriege kein Geld dafür. Ja, und das Auto ist auch gerade gesprungen. Ganz toll. Oh ja, 12.000. Das kann man vergessen. Allerdings. Das ist eine Scheiß-Stelle. Ja, hier kommen eigentlich ganz schön viele Autos, aber... Naja, nur irgendwie nie auf Geschwindigkeit. Ich glaube da wieder stehen, ich glaube das nicht. Komm doch vielleicht einfach mal in den Bonus-Bereich. Warum? Weil es Bonus, was sagt dir das Wort Bonus? Als ob du irgendwie immer mal... Blö. Na, blö. Aber hier stehen doch alle, hier passiert ja überhaupt nichts. Deutlichere Sätze rausbringen als du. Da oben kommen die doch alle viel schneller. Ey, den Geräuschen zuurteilen müsste da kein Knochen mehr auf dem anderen liegen. Ja. Aber war ich mit meinen beiden Kniescheiben noch ganz gut. Ja, klar. Jawoll. Und vor das Schild ist da nicht wahr. 100.000. Ey, wie machst du das? Ach, gerade mal 8.000. Ja, das Auto hat sich in Luft aufgelöst. Ja, genau. Nein, jetzt habe ich nicht zu früh gedrückt. Wie genug gedrückt, wollte ich sagen. Was denn jetzt? Ja, war es. Ich hatte immer noch Zeit, glaube ich. Nein. Ah, das ist wieder Airport. Wieder Airport. Sehr gut. Das ist wieder die Stelle von eben. Dann fahr ich jetzt wieder dieselbe Strecke wie eben, dann kommen wir an dieselbe Stelle. Ja, ich versuch's. Wieder auf die Autobahn und dann irgendwann links im Gegenverkehr. Erstmal Radio ausmachen. Schocka, schocka. Es ist meine Auffahrt. Junge. Meine Auffahrt. Meine. 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 Geht doch. Bei mir fällst du immer halb aus der Brücke raus hier, ey. Jumps. So, weiter, weiter, weiter. So, und dann hier jetzt irgendwo raus. Nicht raus. Ja, abfahren. Nee, auch nicht. Ja, sieh ja. Nein. Ja, sieh ja. Nein. Ja. Jetzt hier links. Die nächste. In den Gegenverkehr. Und hier der Kurve. Nein. Och, bist du dumm. Och, nein. Nö. Ja, Freunde. Da seht ihr mal wieder, was passiert, wenn ich nicht fahre. Wenn ich nicht fahre. Also, ich bin wieder an meiner alten Stelle. Dann backt ihr einen Toast. Mach ich. Jetzt kommen sie wieder. Mio. 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 Hallo. Hallo. Es kommen keine Autos. Ja, ich habe jede Menge Autos, aber nur stehende Autos. Hallo. Hallo. Auto. Ah, jetzt kommen sie wieder. Och, das macht doch keinen Spaß. Verlierst ja immer ziemlich schnell die Motivation, muss ich ja mal sagen. Ja, wenn es nicht funktioniert. Außerdem, ich verliere die Motivation. Ich habe DuckTales Remastered gespielt. Erzähl du mir noch mal was über Motivation. Und ich spiele zur Zeit Donkey Kong Country Returns. Donkey Kong Country Returns, weil es dir das entgangen ist. Wahrscheinlich zum Zeitpunkt wieder veröffentlichen und inzwischen schon lange fertig. Das wäre schön. So einer wie du erzählt mir jetzt hier was von Motivation. Ja, von Motivation. Naja, Oxford-Deutsch. Nee, das heißt Motivation, junger Mann. Naja. Oxford-Deutsch in der Buchs. Es kommen keine Aufschluss. Ach Mann, das macht doch keinen Spaß. Ja, hier bei mir kommen jede Menge Autos. Warum kriege ich mal dann kein Geld? Ha! Weil ich das hier nicht wirklich schaffe. Da. Das ist ehrlich. Ich renne zu dem Auto, schmeiße mich in voller Fahrt davor und kriege läppische tausend Dollar. Es kann doch nicht sein. Da, Achtung! Komm, 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 komm Jawoll Nein, 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 nein Das nervt nur wenig Dann ist ja gut Nein Läppische 3000 wir fahren Ferraris fangen schon die ganze Zeit Fischlitz zwingen soll sich mal in den Kuchen ja es beschuldete Pisse ein bisschen dumm so ich hab gleich ich keine Lust mehr wir sind es in Level 5 da volle Möhre überfahren noch nie mal 2000 hier ist ne Hubschrauber hier muss irgendwo ein Flughafen sein ach wie kommt das denn jetzt wo es gerade abgeht ist die Zeit jetzt sofort vorbei ich hab noch eine Minute 33 ich hab noch 5 Sekunden oh jetzt geht's bei mir auch ab ja super und jetzt ist Schluss 27 das ist für deine Verhältnisse natürlich schon fast das ist mega Mops mäßig mehr Mops mäßig eine Minute 11 ich habe noch null wir spielen jetzt auch gerade wahrscheinlich nur weiter weil noch Adrenalin ist ich habe jetzt gerade auch ein bisschen was gekriegt und oben gut gut 21 ich bin stolz drauf ja schon ein wenig jetzt habe ich nämlich wieder nur 1600 gekriegt 50.000 60 78 90 100 wir könnten das noch schaffen wenn es jetzt so weiter geht nein 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 komm noch 50.000 1 ja 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 fast 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 50.000 nein jetzt bin ich runter gefallen doch nein 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 ja 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 komm 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 Ja, geschafft Ach, Gott sei Dank Hui Auf der letzten Stippe Ey, der Vater 20, Respekt erst Und Level 6 Hallo, hallo, hallo Soll ich dich abholen? Hallo, hallo, hallo Soll ich dich abholen? Och, hallo, hallo Danke Ach, da entstand ja auch noch mal ein anderes Auto Oh, ich hab Umi mit im Auto Und jetzt nicht Warte mal, wir sind schon wieder da, hä? Du bist schon da Ja, super Was kann ich denn vorführen, wenn ich immer am Ort des Geschehens bin? Ja, ne, ich bin auf der Windschweitscheibe rausgeflogen Deswegen hab ich super gesagt Warte, jetzt hier? Oh, jetzt geht der ganze Schnürkis hier wieder los Oh Ach, hier ist noch weniger los als da hinten Ähm Ich hab grad voll die drei Leute umge... Oh, hier ist einer durchs Tor gefahren Durchs Fußballtor? Ah, 11.000 Äh, ja, klar Und ich krieg wieder... Weißt du, ich flieg einen Kilometer auch und krieg kein Geld dafür Machst du irgendwas falsch? Autos, Autos, bitte Hier ist noch Adrenalin Bitte, bitte Nicht abbiegen Nicht abbiegen Ich hab grad 200.000 gemacht Ah, ich 8.000 Sei stolz drauf Ja Schafft auch nicht jeder Das will ich wohl meinen 5.000 6.000 Aber jetzt kommen wieder keine Karren mehr Oh doch Ähm Autos Bringt mir nix Und das erst richtig Sag mal, staust du die da hinten? Ich bin überhaupt nicht in deiner Nähe Ja, doch schon Ja, doch jetzt Ja Ich bin ja mal ab Wie stehst du denn hier? Hier ist auch ein zues Tor Ja, für ne Mucke hier Sind die alle so langsam hier unterwegs? Jetzt beruhigte Zone Ja Ach, jetzt kommt wieder K Ganz toll Daneben Weder der ist wieder abgebogen Oh Mann Äh Ja Nach nur 7.000 Ach, fuck Er hat voll die Kurve geschnitten Das war unfair Oh Mann, es ging grad so gut los Ja 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 Ach, nur toll Jawoll Ah, Drenalin Scheiß, jetzt bin ich hier oben auf der Bahnstation ich war gerade so gut wie tot wie vom motorradfahrung gefahren ja ich gerade auch man hat wird doch wieder nix hallo 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 fisch wieder einer durchs Tor so ab krass 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 da kommt ein bisschen hallo Monsieur hallo Monsieur äh ja ist klar doch man da kriegt auch kein Geld für die und nicht durchführen doch Joop m die Leute auf der Fahrbahn soll sie hält da man schon mal die Hälfte und sicher eine Minute nein zwei Minuten 25 eine Minute warum hast du immer und raus sind in der Tat wahrscheinlich kommt nicht ein Auto ich habe oben mit Krugstöck stelle ich mich gerade eben auch keine Autos da kommt er nun ich war auf einmal abkommt Orkina es ist bringt doch alles nichts nur bringen doch ein Weg glaube ich mir ist das Leben kein Sinn mehr so Freunde das war's wieder für heute super wir vertrödeln ein paar Tage ein paar Teile mit Versicherungsbetrug aber so läuft das nun mal beim Horst genau wir sehen uns morgen wieder bis dahin und ciao nrw bei 18 adieu